Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Jan Lennart Stroff gewinnt in München sein erstes ATP-Turnier. Erster Turniersieg für Tennis-Profi Jan Lennart Stroff in München. Die Karriere des deutschen Tennisspielers Jan Lennart Stroff hat einen großen Meilenstein erreicht. Bei dem ATP-Turnier in München hat er seinen ersten Turniersieg im Einzel feiern können. Dies meldete am Sonntagabend die deutsche Presseagentur. Stroff, der aus Warstein in Nordrhein-Westfalen kommt und aktuell auf Platz 44 der Weltrangliste steht, setzte sich in einem spannenden Finale gegen Ilya Iwaschka aus Weißrussland durch. Im entscheidenden dritten Satz zeigte der deutsche Nervenstärke und gewann mit 6 zu 2, 6 zu 1, 6 zu 3. Es ist der schönste Tag meiner Karriere, sagte Stroff nach seinem Triumph im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich ein Turnier gewinnen kann. Und jetzt ist es endlich passiert. Der 31-Jährige, der in seiner Karriere bisher vor allem als Doppelspieler erfolgreich war und im Einzel noch auf seinen Durchbruch wartete, zeigte in München eine beeindruckende Leistung. Nach Angaben des Deutschen Tennisbundes gewann er alle seine Spiele ohne Satzverlust. Stroffs Erfolg ist der erste deutsche Sieg in München seit Philipp Kohlschreibers Triumph im Jahr 2017. Ein Erfolg, der Stroff-Selbstvertrauen für die bevorstehende Sandplatz-Saison und die French Open im Mai geben dürfte. Die Veranstalter des Münchner Turniers und die ATP gratulierten Stroff zu seinem Sieg. Ein großartiger Spieler und ein großartiger Champion. Wir freuen uns sehr für Jan Lennart Stroff, teilte die ATP auf Twitter mit. Der Turniersieg in München ist ein bedeutender Schritt in Stroffs Laufbahn und verspricht Spannung für die kommenden Turniere. Quellen, Deutsche Presseagentur, Bayerischer Rundfunk, Deutscher Tennisbund, ATP. Von Anita Farke, Sonntag, 21. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.